Horoskop! Horoskop? Ja, geil. Alles klar. Hier, ran. Bums. Geht das? Ich lese ein bisschen die Bravo. Derweil. Steinbock, ne? Siegel. Ich werfe kurz einen spontanen Witz ein auf der Witze-Seite. Achtung! Witz 20. Windows ist wie ein U-Boot. Sobald mein Fenster öffnet, fangen die Probleme! Also, Steinbock. Magst du Chemiewitze? Chlor. Kannst du dich einmal ganz kurz aufs Horoskop konzentrieren? Ja. Warte, ein Witz noch. Komm, ein Witz noch. Was ist der Unterschied zwischen Schule und Lidl? Lidl lohnt sich. Ja, dann geh doch zu Netto! So, jetzt hier, Horoskop. Danke fürs Rangstellen. Der Panda über die Straße. Bambus. Also, wir machen jetzt das Horoskop. Als es morgen wieder so warm wird, gehe ich zur Polizei und lasse mich beschatten. Good News! Endlich erwarten dich coole Projekte in der Schule, in denen du total aufblühen kannst. Jetzt ist es an der Zeit, deine Stärken zu zeigen und eine ganz bestimmte Person wird begeistert von dir sein. Ja. Vielleicht erwartet dich in den nächsten Wochen ja noch...